so darf nur den mit in einer umgekehrt das wird die reit hier ganz normal vorbei und die rufen wir zu jetzt noch richtig sie gut aus da geht's nach damaskus und da geht es weiter haben und muss mich jetzt irgendwo in der meinte wo er es kommt hin und wo ich ja nicht will ich hier nichts tun ich tue ich nur was ich mir angreift es sind ist die ist die und gläubiger ich glaube an was viel größer ist in den Ebenen glaub ich ich glaube auch um glücklicher ich weiß nicht ganz genau was bis zu Zeit die Städte und was ich weiß aber ein lieber alter ihr ula bala pop ab wird so springen wir da drüber jetzt in ihr lang irgendwo muss ich sein irgendwo muss es sein so ich hoffe es wird das einzige mal sein dass du da keine ahnung wo ich rumreiten muss alter ich bin aber vollkommen falsch irgendwie irgendwie schafft es das spiel mich komplett zu verwirklichen muss ich denn lang hier ist das schon nicht richtig wie ich glaube ich muss da hoch ich bin das ist einfach nur zu gibt es ja auch im weg habt ihr auch mal an wege dort gedacht für leute gibt es nach ihrer keine ahnung ich reite jetzt einfach mal da lang und denke dass es lang geht und dann schaue ich einfach mal auf die karte aber könnte was werden könnte aber auch nichts werden checkpoint habe ich erreicht kann man hier abbiegen wenn zumindest gestalten rum irgendwann bringe ich sie alle um also sieht sie doch gut aus wie jetzt lang gehen sie doch gut aus wir haben es bald geschafft bin ich so schneller macht nichts ob ich jetzt drauf drücke oder drauf bleibe so dass sie mich wenigstens in ruhe und diesen ab nach jerusalem hallo wenn sie einen starken angriff kontern ist die gegner kann auch sein dass ich hier mal mein pferd runter geworfen habe ich eine schöne aussichtsanimation oder eher nicht so wenn ich da runter gehen so dann gehen wir halt da runter wenn es zu lang wird oder wir kriegen auch so weiter geht doch das habe ich ich freue mich dann wenn wir in akkon auf den riesigen turm klettern können und dann runter springen das mache ich gerne so jetzt schmutz einen weg da rein finden und zwar weiß ich zufällig dass da hinten jemand ein problem hat so nein warte okay irgendwas stimmt hier an der steuersteuerung nicht so hallo ich werde ihnen diese geschichte erzählen wenn sie gerne auf dem luchten kurzschwert geht es ab gesagt ja dankeschön er nimmt mich mit so kann ich ein bisschen zurücklehnen bis wir drin sind sechs und fünfzehn so ich mache halt ein bisschen was ne das machen wir auch noch gehe ich einfach nochmal in die sequenz rein und erledige alles wenn wir dann alle punkte haben und alles macht das ganze sache viel einfacher viel einfacher so da sind wir drin da sind wir hoch sorry es sind schwierige zeiten in denen wir leben ah das sind leute mit denen wir Taschentiebstahl machen können das geld knapp er wird sich von er wird dich benutzen ich weiß schon was ich tue Freundchen ich weiß was ich tue wenn ich hier hochklettere im gegensatz zu den leuten die hier unten stehen und scheiße labern weiß ich wenigstens was ich hier tue schützt eure liebsten muss ich an der seite hoch gut ja 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 talal gibt uns ein Wort thrall hall anadia schula und so weiter bla bla hier kann ich schon ein bisschen chronisieren aber ich will es gescheit machen so setzen wir uns hier hin ohne scheiß früher als Assassin's Creed frisch raus war das erste war das die top grafik und ich hab das so dieses synchronisieren hab ich immer so gefeiert das glaubt ihr gar nicht genau ah warum hat er keinen Todessprung gemacht ich bringe einfach so runter zur seite kein Problem ja hab ich wenigstens die Synchronität dann noch ein bisschen zoomen ich weiß nicht wo man sucht oh so nicht ja so ne kann ich nicht aber müsste geklappt haben ne aber ich muss hier noch ein bisschen was aufdecken damit damit äh hier ah doch ich kann schon ins Ding reingehen aber ich decke zuerst noch was auf und mache zwei Missionchen bevor wir dann äh reingehen das komische Ding ist das eigentlich taubenschläge oder tut mir leid ich bin schon weg du kannst mich nicht sehen ich bin unsichtbar schalom schalom und nichts tun Ui das war blöd du hast den Weg so kann ich hoch komm hier wo muss doch alles leiter praktisch ja du sollst hochklettern du wir das so wenn ich jetzt hier synchronisiere und ich würde alle und verprügeln können scheiße warum habe ich das nicht gemacht wir hören uns noch schnell den aussichtspunkt wollen wir uns noch schnell Oh, dann brauche ich eine Pause Ja Oh, Alter Und zwar ist das schon ein bisschen Ich sollte auch mit Maus und Tastatur spielen Aber im Fenstermodus ist es einfach unmöglich Weil die Maus nicht im Fenster bleibt Und wenn ich nicht im Fenstermodus spiele Dann kann ich nicht rau Dann kann ich nicht aufnehmen Das ist alles ein bisschen doof Wenigstens konnte er gescheit Fallen So, aber jetzt Tut mir leid Tut mir leid Oh, das ist eine Flagge Immer schon da ist ein Tuch Das war ein Kreuz So, da vorne darf ich jemanden verbrüllen Achso, das ist der Prediger, ne? Dafür verlangt er nur ein ehrliches Tag Nein So Schützt euch vor einer ungewissen Zukunft Schützt eure Liebsten Arbeitet hart und ihr werdet belohnt werden Talal Gibt euch